Etwas in Ruhe wieder hier runter gehen. Während die geile Musik läuft im Hintergrund. Ich habe die etwas leiser gemacht, aber ich glaube die ist immer noch zu laut. Tut mir leid, wenn das der Fall ist. Es tut mir wirklich von Herzen leid, wenn das der Fall ist. Dann entschädige ich euch mit einem netten Gedanken an mich, euch, was auch immer. Komm jetzt können wir ein paar Level-Farmen gehen, nachdem ich diesen Apfel gefressen habe. Level 2, Creeper, komm. Pussi-pussi, komm. Bei Fuß, komm. Fisch. Oh, fuck. So soll das nicht laufen. Egal, wir haben ein bisschen Sand gefarmt, ne. Schauchgurt. Oh, do my, was vergessen. Fuh, fu, fu. Oh. Creeper. Boah, ich hasse Creeper, ne. Und ich, und ich, und ich liebe sowas. Sieht einfach geil aus. Schade. Noch irgendwo sowas? Nein? Hm. Langweilig, aber. Super extreme Spinnentötung. Das Action-Neues-Geräusch von Minecraft, oder was? Geh den Creeper da, den lasse ich mal in Ruhe da creepen. Oh, habe ich überall was vergessen. Wenn hier wieder die Trautmusik kommt, ja, ne. Oh, Sepplings. Geil, aber. Meine Axt ist gleich schon im Arsch. Die hält wirklich nicht mehr lange. Ja, okay, das war alles. Das war alles, hier. Das ist wie Spawned. Okay, wo war das andere? Hier. Mann, ich bin zu voreilig. Oh. Okay, das hier war auch alles. Ich brauche dringend eine neue Axt. Aber egal. Da drüben wollte ich mich anziehen, und habe ich gesagt. Armen. Aber, boah. Okay, da muss erst mal das ganze Scheiße hier weg. Und ich brauche Kohle. Und ich sehe da was ganz Tolles. Hehehe. Nur so wenig. Langweilig. Langweilig. Boah, Alter. Alter. Alter, ich schwöre, Digga. Ich schwöre, Spinner, Digga. Egal. Ich baue erst mal am Seitenrand. So eine Scheißhütte aus, was weiß ich, aus Sand. Oh. Langweilig. Boah, warum fällt der noch so wenig runter? Mann. Einfach nur, nur so eine, improvisierte Sandhütte. Ich mein, ich brauche hier mal erstmal einen Platz zum Leben. Und ich glaube, die ist mittelklein. Hier drinnen schmelzt sich dann alles zusammen, ne? Oder so einen Scheiß, bauen, bla bla bla, schlafen und so, ne? Kennt man. Ich bin gerade ein bisschen aufgedreht. Ich habe schon lange kein Minecraft mehr gespielt. Ein paar Monate nicht mehr. Also, ähm, ich weiß auch nicht mal, wie alles geht. Zum Beispiel, wie, wie baut man diese Feuerwerksgedöns-Kacke da? Das würde mich jetzt echt interessieren. Ähm, ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Weil ich habe keinen Plan, ich habe auch keinen Bock, im Wiki zu gucken. Bist du faul und so, ne? Oh, da kommt mal ein geiles Intro-Epic-Gedönsmusik-Track. Irgendwas, egal. Ähm. Dach. Ach komm, scheiß drauf. Hm, ich finde einen Track so geil, ne? Wie, ich habe keinen Sand mehr. Really? Okay. Haus angerichtet. Naja, sieht nicht gerade hübsch aus, ne? Aber egal. Da, da. Was könnte ich mir noch bauen? Ich brauche. Ein Axt, habe ich gesagt. Da, da. Da, da, da. Da. Wie funktioniert das nochmal? Ich habe keinen Schirm mehr. Anscheinend so. Ja, sieht gut aus. Ich verbrenne mal ein bisschen Holz. Ich weiß gar nicht, worüber ich rede. Ich habe keinen Plan von irgendwas. Ich habe keinen Plan von irgen Scheiß, ne? Aber jeder muss mal klein sein. Und wenn man klein ist, hat man noch keinen Plan von irgendein Scheiß. Okay, ein bisschen Zuckerrohr Kann ich schaden Lol Auch interessant Boah, Alter Ich brauche Nahrung Ich bin behindert Schlagt mich mal bitte I am so behindert and retarded Komm, Soundblock darf ich hierhin Ich meine, das Haus hat doch eine gute Tarnung, oder? Die Tür schließt nicht mehr, aber egal Yeah, XP dafür abgreifen, ist auch geil Und ich brauche meine Mine Hier ist geeignet Steigen Ohne Mine lässt sich in Minecraft nicht viel anfangen, ne? Ist ja irgendwie klar, oder? So, das reicht erstmal für den zweiten Ofen Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Komm Na los Na los Ich warte Aber Yeah Dann brate ich mal mein Hähnchen und so, ne? Tut mir leid Ich vergesse immer wieder, aber ich kann es einfach nicht ohne drücken Ja So viel dazu, ne? Professionell, bla bla Okay, das packe ich mal hier rein Alles, was ich nicht brauche Ähm Ach egal Ich sag dir mal, ähm Ich stoppe mal, gucke wie es geworden ist Und schau dann In der nächsten Folge dann mal Keine Ahnung, Alter, mit welchen Worte Ähm, ich sag einfach mal Bis zum nächsten Part Tschüssi